Und dann sehen wir uns gleich wieder hier an der Sittering Turbo. Viel Spaß bei euch allen, viel Erfolg. Und es gibt auch zu trinken nach jeder Runde. Die Sittering-Grasse füllt sich zusehend. Viel Spaß miteinander. Immer, lasst euch Fragen hier von der Redaktion-Fälle an der Seite und aus der Seite.